Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert. Das sagt der Personalleiter eines Unternehmens, das seit mehr als 200 Jahren immer das Gleiche macht. Und das besteht zu 92 Prozent aus Wasser. Denn wie wir alle wissen, sein Felsquellwasser hat es berühmt gemacht. Und spätestens jetzt wissen Sie, das ist die Krombacher Brauerei, die größte Privatbrauerei Deutschlands. Wir haben eine Minderheit an Biertrinkern offensichtlich im Publikum. Wunderbar, damit ist schon mal klar, wo die Reise hingeht. Also, das ist das erste Unternehmen des heutigen Abends, das sich bei Ihnen als künftigen Arbeitnehmer bewirbt. Kein geringerer als der Hauptabteilungsleiter Personal Volker Ahrens. Der betritt gleich diese Bühne, um sagen zu können, Freunde, lasst uns Krombachern. Und das kann er, egal wie dieser Abend für ihn ausgeht, mit Fug und Recht. Denn allein im Jahr 2016 flossen 6,937 Millionen Hektoliter des Hopfensaftes auf den weltweiten Markt. Der Sauerländer Volker Ahrens hat nach Abitur und Grundwehrdienst Jura in Münster studiert. Und das ganz bewusst. Denn Jura sagt, er ist die Grundlage für viele Dinge. Und er wollte ein Studium, das ihn bei der späteren Berufswahl nicht einengt. Darüber sollten die Bewähler jetzt mal nachdenken. Ja, nach dem Referendariat am Landgericht in Bochum und auch einer Tätigkeit in einer Kanzlei wechselte er zunächst zur Mönos AG. Dann war er Vorstandsassistent. Dann war er Justiziar und Syndikus bei einem Riesenkonzern, nämlich bei Babcock Borsig. Und anschließend als Bereichsleiter Personal und Recht in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und da hat er es sehr genossen, wie er mir sagte, endlich verstehen zu können, was tatsächlich in diesem Unternehmen vor sich geht. 2002, dann wurde er Bereichsleiter Personal und Recht bei der Feltins GmbH und Co. KG. Ja, ob der Grund für Volker Ahrens Wechsel zu Krombacher im Jahr 2015 war, dass ihm Feltins einfach nicht mehr schmeckte, das bleibt Spekulation. Ganz im Gegensatz zu der Tatsache, dass er die Unternehmenskultur und die strategische Personalplanung bei Krombacher äußerst erfolgreich gestaltet. Beispielhaft etwa das gerade mit dem Unternehmerpreis Südwestfalen ausgezeichnete und überregional für Aufmerksamkeit sorgende Projekt Krombacher Wohnen. Das ist ein zweigeschossiger Wohnbau in Konzernnähe mit zehn Apartments und einem Verbindungsgang zum Communityhaus. Und damit ist Krombacher auch für jene Fachkräfte attraktiv, die noch nicht in Südwestfalen wohnen. Denn man bietet ihnen eine Wohnung ohne lästige Wohnungssuche, in der sie unter der Woche leben können. Und zwar mit Anschluss an soziale Netzwerke. Und was ihnen die Krombacher Brauerei neben dem, ich weiß, jetzt kommt gleich wieder Applaus, neben dem im Tarifvertrag festgeschriebenen Haustrank, also den knapp zwei Litern Bier, die jeder Arbeitnehmer täglich kostenlos bekommt, noch bietet, das erfahren sie eben gleich von Volker Ahrens. Und sowohl die Studierenden unter Ihnen wie auch die Schul- und Berufskollegabsolventen sollten jetzt ihre Ohren spitzen. Denn die Berufseinstiegsmöglichkeiten bei Krombacher, die sind sehr breit gefächert. Von der Ausbildung in technischen und kaufmännischen Berufen wie, was erwartbar ist, Brauer und Melzer, Fachinformatiker oder Elektriker für Betriebstechnik, Maschinen- und Anlagenführer, Logistiker oder Industriekaufmann, über Trainee-Programme im Bereich Vertrieb oder Marketing, vielleicht für die BWLer, bis hin zum Studium der Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Mittelstandsmanagement. Begrüßen Sie mit mir und einem kräftigen Applaus Volker Ahrens mit seinem Slam-Debüt Hakuna Matata in Südwestfalen? Одin! Begrüßen Sie mit dem Geld? Begrüßen Sie mit der Ausbildung in Südwestfalen? Begrüßen Sie mit der Ausbildung in Südwestfalen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dass die Begrüßung in Tansania ist, in Kizuaheli. Ich begrüße sie aber deswegen auch in dieser Sprache, weil das meistgehörte Wort in Tansania Hakuna Matata war. Kennt jemand Hakuna Matata? König der Löwen bedeutet so viel wie, alles relaxed, kümmert euch nicht, mañana, mañana, morgen ist auch noch ein Tag, alles easy, lasst langsam gehen. Und dieses Hakuna Matata passt natürlich super in dieses wunderschöne Land mit den tollen Menschen in Tansania, mit den relaxten Menschen, mit dem Kilimandscharo, mit der Serengeti von Bernhard Jimek, mit der Hatari Lodge von Hardy Krüger. Aber der harte Aufschlag kam, als ich dann samstagsabends in Frankfurt, so meinen ersten Fuß auf das regennasse Rollfeld in Frankfurt setzte, bei sieben Grad, war mein erster Gedanke Hakuna Matata in Deutschland. Hakuna Matata in Südwestfalen. Zweiter Gedanke, Recruiting Slam, 15.11. Apollo Theater. Gedanke an euch, Hakuna Matata für die Studenten, für die Schüler in Südwestfalen. Ich weiß nicht, wer macht gerade Abitur von euch oder ist im Studium, sind einige, kann ich so im Dunkeln sehen. Hakuna Matata, G8, G9, vor und zurück. Hakuna Matata im verschulten Kurssystem der Universitäten. Sind auch welche hier, die einen anständigen Schulabschluss haben? Also Hauptschule, Realschule, Sekundarschule? Ja, da ist einer, gut. Okay, Hakuna Matata bei euch. Hauptschulschließung, Zusammenlegung, Sekundarschule, auch nicht so richtig, Hakuna Matata. Nächster Gedanke auf diesem regennassen Rollfeld war dann Hakuna Matata bei uns, in der Kronbacher Gruppe. Also, wir sind im Kern eine Brauerei und bewegen uns in der Bierbranche. Und wenn Sie sich die Bierbranche mal angucken, in den letzten 25 Jahren, 1992, 25 Jahre zurück, sind in Deutschland 120 Millionen Liter Bier getrunken worden. Heute, 2017, werden noch 95 Millionen Hektoliter Bier getrunken. Also 25 Millionen Hektoliter Bier verloren gegangen in 25 Jahren, über 20 Prozent. Da würde man als Unternehmer sagen, so richtig Hakuna Matata, Gefühl ist das nicht. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen unwohl an. Und von daher will ich eine Antwort darauf geben, welche Strategien die Kronbacher Gruppe hat und welche Antworten wir darauf gegeben haben. Erstmal vorab, es ist alles gut bei uns. Wir sind vor 50 Jahren mit 500.000 Hektoliter gestartet, sind jetzt bei 7 Millionen. Von daher ist die Not nicht so groß. Aber Getränke ist bei uns letztendlich das strategische Wort. Wir haben diese Brauerei, dieses Unternehmen, was Bier produziert, zu einem Getränkekonzern transformiert. Wir haben 2006 Schweppes Orangina Dr. Pepper dazu gekauft, haben 2016 Vitamalz zu 100 Prozent erworben und haben Firmen wie Drinks & More und Proviant, wo wir Nischenprodukte im Getränkemarkt vertreiben, bis hin zu Smoothies und Bio-Limonaden. Brauerei ist unser Kerngeschäft, Bier ist unsere Leidenschaft, aber Getränke sind unsere Zukunft. Und deswegen haben wir den Leitsatz, den Sie dort sehen, Menschen, die bewegen, Marken, die begeistern, letztendlich entwickelt. Und das hat auch einen großen Einfluss auf unser Unternehmen gehabt, auf unsere Belegschaft. Wir haben nach wie vor die tollen Mitarbeiter hier im Siegerland, in Krombach und im Münsterland, in Steinfurt, die unser Brauereigeschäft betreiben, was unser Hauptstandbein ist. Wir haben aber auch ganz tolle, coole Typen dazu bekommen, die diese Themen Schweppes Orangina Dr. Pepper, Smoothie, Bio-Luminaden bei uns letztendlich voranbringen und auch von Marketing- und Vertriebsseite her bewegen. Und von daher ist unser Unternehmen viel bunter, viel lebendiger, viel innovativer geworden. Und wir brauchen letztendlich den Brauer und Melzer, aber wir brauchen auch den coolen Szene-Scout, der in Berlin die Club- und Party-Szene betreut. Und von daher brauchen wir ganz viele Charaktere. Also wir brauchen sie alle, wie sie hier sitzen. Und wir brauchen ganz viele von euch. Und wir brauchen die Besten. Und ihr gehört zu den Besten, ansonsten wärt ihr heute Abend nicht hier. Also Ergebnis ist, 100% Hakuna Matata in Südwestfalen haben wir nicht ganz. Aber wenn wir ehrlich sind, der Südwestfale hat auch keine Hakuna Matata-Mentalität zu 100%. Denn ansonsten wären wir nicht so eine erfolgreiche Region. Wir hätten nicht so viele tolle Talente wie euch. Und wir hätten nicht so viele starke Unternehmen. Abschließend habe ich drei Bitten an euch. Für die erste gilt eigentlich das, was für Fitnessstudios gilt. Man sagt es immer den Falschen, weil die Falschen da sind. Eine Erkenntnis, die ich aus Tansania mitgebracht habe, die viele junge Menschen mir dort gesagt haben, waren Education and Knowledge. Das sind die zwei Grundlagen letztendlich für einen erfolgreichen Berufs- und Lebensweg. Die zweite Bitte ist, wenn ihr ins Studium geht, schaut euch bitte genau an, was sind die Studieninhalte. Was wird da wirklich vermittelt? Und schaut euch an, was könnt ihr nachher damit im Beruf machen. Denn nicht überall im Studium, wo Management draufsteht, kommt nachher ein Manager raus. Und die dritte Bitte, die ich an euch habe, ist, wenn ihr dann in den Job geht, prüft euch genau, ob ihr für die Tätigkeit, die euch da angeboten wird, wirklich brennen könnt. Ob da euer Herz verschlägt und ob ihr euch mit dem Unternehmen identifizieren könnt. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr diese drei Bitten beherzigt, dann wird euch der Weg irgendwann zu Kronenbacher Gruppe führen. Von daher werden wir uns bei Kronenbacher sehen. Jumbo, Jumbo, Hakuna Matata, Asante Sana. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus